Yeah man, geile Weihklobe. Also, yo, was geht ab, man? Ich bin's Cain & Irishman aus Bremenort. Und wisst ihr was? Ich hab jetzt hier was anzukünden. Hey Leute, Mimik Ege ist hier vom Spalding Breakboard Team. Und, ähm, ja. Was hab ich denn noch mal geschafft? Ich weiß es nicht. Und zwar bin ich drin. Natürlich bin ich drin. Ah, genau. Ein Weltrekord. Und ich bin drin. Ich verrate euch jetzt auch, wo ich drin bin. Und zwar... Im Buch der deutschen Weltrekorde. Natürlich bin ich drin. Natürlich sind wir drin. Im Buch der deutschen Weltrekorde. Weltrekorde made in Germany. So sieht's aus. Jetzt im Handeln. Yeah. Kauft euch den Schiff. Boah, wo kommt diese Woche bloß, Leute? Na ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Na ja, ist ja auch egal. Na ja, ist ja egal. So viel Schleichbärbumpsel. Natürlich bin ich drin. Der deutsche Weltrekorde. Aber die sind schon wieder. Na ja, ist ja egal.